Ja, wir kommen jetzt leider mit dem nächsten Stück zum Letzten des Abends. Das ist Quatsch. Ist das so? Das werden wir ja sehen. Fünf Sets, oh weia, da hab ich was gesagt. Schwierig. Wie auch immer, der nächste und letzte Song heißt Ex-Wuray, auch eine neue Komposition von uns. Nicht auf der CD. Das ist Quatsch. Das war's. 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 Das war's.